Hallo liebe Zuschauer, heute gibt es mal wieder was zu gewinnen. Genau. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus. Der Gewinnspiel-Marathon geht weiter, in dem Fall haben wir heute ein Kinderpaket, Spielepaket für euch, drei Spiele in ein Paket, aus dem Hause Game Factory. Alina, Klamottenklamauk, ab drei Jahren war... Meine Lieblingskarte. Und Lieblingsspiel damals, das haben wir nämlich separat, das haben wir hier gar nicht mehr, sonst hätten wir gar keinen Platz mehr. So, das Kinderspiel ist ab drei Jahre, das ist richtig toll. Tweebees, das ist ab sechs Jahre und Alina, das kennst du auch, Speedcolors. Ja, da sagt ihr mir immer zu schnell. Das ist cool. Alle drei Spiele könnt ihr gewinnen. Was müssten Sie reinschreiben in die Kommentare? Warum es euch gefällt. Auch warum ihr es unbedingt wollt, oder? Es wird trotzdem verlost, aber ihr könnt es natürlich auch gerne reinschreiben, es wird zufällig verlost. Übrigens, ihr solltet möglichst eine deutsche Adresse haben und das Gewinnspiel läuft bis zum 3. Mai. Alles weitere in der Beschreibung. Es sind auf jeden Fall drei richtig gute Spiele. Drei Jahre in dem Fall. Das ist toll. Das ist richtig toll. Drei Jahre. Ja, das kann man sich so lustig auch sehr, hat sich angezogen. Ja, und das ist super. Selbst wenn ihr nicht gewinnt, es gibt so allen Spielen ein Video, also schaut mal rein und das ist auch richtig cool. Und das Ganze, wie gesagt, hier ab fünf Jahre, sechs Jahre, drei Jahre. Viel Glück bei der Teilnahme und alles weitere in der Beschreibung. Ihr müsst euch lieber allen und alles anmalen, richtig in der Richtlinienfolge, wo hinten drauf ist. Und umdrehen. Und dann alles malen. Okay. Tschüss, bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus.